Das nächste Lied ist auch ein neues Lied, aber ich glaube, ihr kennt das, also viele von euch kennen das glaube ich schon, wir haben es schon ein paar Mal gespielt, ist auch auf der neuen Scheibe drauf und da ist so ein Teil, also der Song heißt The River und das ist was, gibt es Besseres als hier am River, ist das nicht wunderschön? Ihr könnt ja wie die Stadt sehen, oder? Wir nicht so, aber das machen wir nachher oben dann auf jeden Fall auch, gucken wir uns das noch an. Dieses Lied heißt The River und da ist ein Teil, wenn der Text geht Wahoo, Wap, Wap, Wap. Wap, 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 Wap. Sehr geil. Wir haben ja ein bisschen Zeit und so. Also, es wäre total geil, wenn wir das mehrstimmig hinkriegen, also wenn die Männer singen würden. Und die Frauen? Was lacht ihr denn? Was lacht ihr denn? Die Frauen bitte! Und jetzt zusammen bitte! Eins, zwei, drei, vier! Ich glaube das wird ganz schön geil! The River! Die Frauen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020